Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hearthstone. Diesmal in der vorletzten Folge, die ich erst schon falsch angekündigt habe bei Maloriak. Diesmal ist es aber wirklich nur die vorletzte Folge. Wir nähern uns dem Ende. Wir sind im Geheimlabor, haben jetzt eben den vorletzten Gegner, bevor wir zum Endgegner vorstoßen und die letzte Karte, nämlich Nefarian, selbst bekommen. Darauf freue ich mich schon sehr und wir gucken uns gleich mal an, was uns hier erwartet. Atramedis kann euch vielleicht nicht sehen, aber er kann hören, wie er verforscht zittert. Atramedis. Sieht ziemlich cool aus, muss man mal so sagen. Was hat er denn für eine Fähigkeit? Die Echo-Ortung. Legt eine Waffe an, die stärker wird, wenn euer Gegner Karten ausspielt. Autsch. Das ist böse. Eigentlich brauchen wir da ziemlich starke Karten schon draußen oder wir müssen viel über uns selbst kämpfen, indem wir eben Zauber... Karten... Karten ausspielen ist ja genauso. Es ist auch Zaubergeltner und also eigentlich nur die Heldenfähigkeit, die nicht rein zählt. Er ist blind und wird sich auf sein Gehör verlassen, um euch aufzuspüren. Nur gut, dass in seinem Hort viele laute Gongs stehen. Auch hier würde ich gerne eben nochmal den Jäger probieren, wie schon in der letzten Folge. Einfach, weil wir dadurch wenigstens noch diesen Anschuss haben, wenn wir schon nichts anderes spielen können. Setze alle da im Brand. Da muss ich gerade an die Miete... Der zündet auch etwas gerne. Atramides gegen den schlechter von dummen, inkompetenten und enttäuschenden Nakaien. Wir haben einen neuen Titel. Ich bin sehr stolz auf uns. Er steht tatsächlich hier. Wie geil ist das denn? Sehr cool gemacht, muss ich sagen. Sehr cool gemacht. So, wir haben eigentlich eine relativ gute Starter und das Problem ist halt nur, dass es ein Maler kostet. Oh, zerstört die Waffe des Gegners. Dröhnender Gong. Wie nett. Das war also damit gemeint. Noch hat er aber keine Waffe angelegt. Wir gucken erst mal. Euer plumpes Getrampel und euer Bestank verraten euch. Es hält halt sechs durch. Das ist halt echt... Autschen. Wird jetzt eins stärker, wenn wir den ausspielen. Aber das machen wir jetzt noch. Ah, ich kann euch hören. Ja, aber du machst jetzt nur einen Schaden. Drachenzähne. Wir spielen die hier mal aus. Dann kriegt er den immer noch nicht tot. Ich höre Schritte. Tust du gar nicht. Ich glaube, du lügst. Ziemlich geil gemacht. Ziemlich geil gemacht. Ich finde Drachen eh super. Ich mochte auch Smaug in der Hobbit-Geschichte. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es einfach nur toll. Einfach nur toll. So. Jetzt muss ich überlegen. Wir spielen als erstes den aus. Als zweites den und zerstören dann... Ich höre euer Herz klopfen. Es gibt kein Entkommen. Oh doch. Ah, dieses Geräusch. Damit sollte er erst mal abgelenkt sein. Okay. Wir vernichten den mal. Er kriegt eine Stärkung. Das macht aber noch nichts. Und wir vernichten den hier. So. Dann haben wir immer noch einen 3-5er draußen. Ihr könnt euch nicht verstecken. Au. Aber er spielt sich immerhin brav selbst runter. Wir müssen nur gleich wieder die Waffe zerstören. Man muss sich das halt echt gut einteilen. Das ist so das Hauptproblem. 3. Immerhin. Den holt man noch mit raus oder nicht? Doch es kann was Gutes geben. Und wir zerstören ihm seine Waffe. Mit einem lauten Gong. Bäm. In dein Gesicht. Haben immer noch 30 HP. Uh. Magmaul. Autsch. Ein 10-2er-Spot. Hm. Ja, den kriegt er immer hin. Wir lassen es mal so wie es ist. Der 10-2er wird Maxner angreifen. Dann wird sie zuerst... Oh. Doch nicht. Ich bin schockiert. Bin ehrlich gesagt etwas schockiert. Dann werden wir uns jetzt doch mal hier noch ein bisschen Leben dazu holen. Was total sinnlos war, weil sie trotzdem stirbt. Beziehungsweise wir können ja hier noch kurz mal gucken, was es dafür gibt. Und safen uns ein bisschen. Und zerstören ein letztes Mal die Waffe. Nein! Nicht so nah! Ja! Der wird gleich abgeschossen. Das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage, mit wem er zuerst angreift. Ich hoffe ja mit den kleineren. Auf dass sie gleich erstmal tot sind, bevor Maxner stirbt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sie killt schon mal alles. Und sein großer Spott stirbt auch. Und er zieht nochmal Karten. Und ab jetzt müssen wir möglichst schnell spielen, einfach. Und zwar kriegt er hier eine rein, da eine rein. Ich habe nicht genug Mana. No. Aber er macht erst vier Schaden. Und hat Taurisshaun bei sich. Was auch immer, der da zu suchen hat. Ja. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Wir kriegen ihn tot. Er hat nämlich nur noch sechs HP und wir haben einen Sechser draußen. Plus Fünfer Fass. Plus unsere Heldenfähigkeit. Plus einen Terrorwolf. Wenn das nicht nett ist. Machen wir den ja doch gleich mal weg. Einfach, weil wir es können. Rufen den noch raus. Schießen noch damit. Haben damit alles genutzt, was wir haben nutzen können. Und machen ihn platt. Bäm. In einem Durchzug. Das ist doch nett. In acht Minuten. Ja. Ein kurzes, siegreiches Spiel. Ihr habt einen blinden Drachen getötet. Ihr solltet euch schämen. Tun wir aber nicht, denn er war böse. Und nicht weniger hilflos, nur weil er blind war. Wir bekommen neue Karten. Erhält 3-3, wenn euer Gegner maximal 15 Leben hat. Schön. Den Jäger habe ich euch ja bereits schon vorgestellt. In der letzten Folge, wenn ich nicht irre. Oder in der vorletzten, ich bin mir nicht ganz sicher. Guckt einfach nach, wenn ihr das Deck wissen wollt. Und ja, ich würde sagen, das Herbstton nähert sich dem Ende. Nächste Folge wird die letzte Folge sein. Die einen werden froh sein, dass es vorbei ist. Und hoffentlich dann endlich mal weitergehen kann mit den eigentlichen aktuellen Let's Plays. Die anderen werden es vielleicht schade finden. Wenn ihr aber Fragen habt, eben wie man irgendwelche Abenteuer besiegt. Im heroischen, normalen oder heldenhaften Modus. Oder in der Arena oder dies oder das. Könnt ihr sie einfach stellen. Und dann machen wir einfach eine extra Folge dazu. Von daher bleibt dran. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.